Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal bzw. auf Nikis Kanal. Wir haben uns ein Konvolut von 1000 Karten gegönnt und aus diesen 1000 Yu-Gi-Oh! Karten haben wir die ganzen Doppelten entfernt und haben 10 Decks A50 Karten gemacht. Wir stellen unsere Decks vor. Wir fangen an mit dem ersten Deck und wünschen wir viel Spaß dabei. Ja! Hallo, heute beginnen wir mit dem ersten Stapel vom zweiten Deck. Ich ziehe Bosheitsfresser-Messer. Bosheitsfresser-Messer. Okay, Typ Unterwelt, 2 Sterne. Und wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschwört wird, du kannst eine Bosheitsfresser-Monster in deinem Frito fällen. Außer Bosheitsfresser-Messer beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Attacke 600 und Defense 100 L. Element Säbel Anni Einmal pro Zug kannst du ein Element Säbelmonster von deiner Hand auf den Friedhof legen und dann ein Element Säbelmonster außer Element Säbel Anni oder Herrschermonster das korrekt beschwören würde In deinem Friedhof wähle Beschwörer es als Monster Speziellbeschwörung ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen Einmal pro Spielzug, falls sich die Karte im Friedhof befindet Du kannst eine Eigenschaft deklatieren Diese Karte im Friedhof wird bis zum Ende dieses Spielzugs zu der Eigenschaft Rückkopplungskräger 3 Sterne Typ Krieger oder Facts Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschwört wird Du kannst ein offenes Monster wählen, das du kontrollierst Es wird Stufe 3 Attacke 800 Defense 700 Künstler Kumpel Lustiges Nilpferd 3 Sterne Ungeheuer Effekt Nachdem du diese Karte als Normalbeschwörung beschwört hast Kannst du in diesem Spielzug während deiner Mainphase zusätzlich zu deiner Normalbeschwörung deinem Set ein Monster für 7 oder höher als Tributbeschwörung in die offene Verteidigungsposition beschwören Du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug erhalten Attacke 800 und Defense 800 Entriebsjäger Typ Maschine und Effekt 3 Sterne Falls diese Karte als Normalbeschwörung beschwört wird Füge deinem Gegner 600 Schaden zu Falls diese Karte angreift Kann dein Gegner bis zum Ende des Damage Steps Keine Zauber- oder Fallenkarte aktivieren Einmal pro Spielzug Du kannst ein Antikärkes Antrieb Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra Deck beschwören Verwende dabei Monster von deiner Hand oder Spielfeldseite als Fusionsmaterial Attacke 1000 Die 5.000 Die 5.000 Ähm Schrotthai Typ Fisch und Effekt 4 Sterne Wenn der Effekt eines Effektmonsters oder einer Zauber- oder Fallenkarte aktiviert wird Zerstöre diese offene Karte von dem Spielfeld Falls diese Karte durch den Effekt einer Schrottkarte zerstört und auf den Friedhof gelegt wird kannst du ein Schrottmonster von deinem Deck auf den Friedhof legen Attacke 2100 und Defense 0 Wattcobra 4 Sterne Donnerroth-Effekt Diese Karte kann deinen Gegner direkt angreifen Wenn diese Karte dein Gegner Kampfschaden durch einen direkten Angriff zufüge Deine Hand ein Wattmonster von deinem Deck hinzu Attacke 1000 und Defense 500 Go 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 Golem 4 Sterne Typ Fels und Effekt Einmal pro Spielzug kann diese Karte in offener Verteidigungsposition nicht durch Kampf zerstört werden Attacke 1800 und Defense 1500 Die hatte ich schon mal drüben bei mir Riesenratte Ja Riesenratte 4 Sterne Ungeheuer und Effekt Wenn diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird Kannst du ein Erdmonster mit 150 oder weniger Attacke als Spezialbeschwörung von deinem Deck in die offene Angriffsposition beschwören Attacke 1400 und Defense 1450 Ist natürlich gut wenn man die 2 macht dann kann man das mehrmals machen Kann man das 2 Meter hinunter Ähm Entführ 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 Wie wer Entführ wie wer Ähm Ja Keine Ahnung wie wer das ausspricht aber ich sage jetzt einfach mal so witz besprochen 4 Sterne Maschine und Effekt Du kannst diese Karte und ein offenes Maschinenmonster das du kontrollierst verbannen und dann ein finsteres Monster auf deinem Friedhof wählen Ähm Beschwöre es als Spezialbeschwörung Du kannst diesen Effekt von Entwiffer nur einmal pro Spielzug verwenden Attacke 1800 und Defense 0 Ähm Chiron der Magier Ähm Chiron der Magier Ähm Ungeheuer Ungeheuer Krieger und Effekt 4 Sterne Ähm Einmal pro Spielzug Du kannst eine Zerberkarte abwerfen um ein Zerber oder Fallenkarte zu wählen die dein Gegner kontrolliert Zerstöre das ausgewählte Ziel Attacke 1800 und Defense 1000 Linien des Schwarzen Drachen Und Linien des Schwarzen Drachen Ähm 7 Sterne Ungeheuer und Effekt Kann nicht als Spezialbeschwörung gespürt werden Außer durch den Effekt eines Niniamonsters oder ein Ninjitsu Kunstkarte Einmal pro Spielzug während des Spielzugs eines beliebigen Spielers Du kannst eine Niniamonsters oder Ninjitsu Kunstkarte von deiner Hand oder der offenen von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof legen Und dann ein Monster vom auf dem Spielfeld Wellen verbannen ist Falls diese offene Karte das Spielfeld verlässt Beschweren so viele durch den Effekt dieser Karte verbannen Monster wie möglich Als Spezialbeschwörung auf die Spielfeldseite ihrer Besitzer Attacke 2800 und Defense 1600 Element strahlender Sparkman Ähm Krieger für Sterne Ein Element Held und ein Krieger des Lichts Welcher geübt mit verschiedenen Arten von Bewaffnungen umgeht Seine scheinenden gezappten Blitze schneiden den Schurken den Weg ab Attacke 1600 und die für 1800 Ähm Kionse Meister Vier Sterne Zombie Ein Kionse auf Wanderschaft der nach eben würdigen Gegnern sucht um diese zu bezwingen Man sagt er sei Meister in allen Kampfsportarten Attacke 1750 und Defense 1000 Ähm Säbel Säbel Saurier Vier Sterne ähm Dinosaurier Dinosaurier Dieses normalerweise sanfte Dinosaurier ruht sich gerne in seinem Nest in der Präperie aus Wenn er gereizt wird wird er furchtbar wild So letzte Karte Das ist Nochmal Scheifer Äh Nein warte Warte Scheifer Entrang Den hab ich schon Prüben Ja Ja Ähm Einstern Hexerodefekt Falls sich diese Karte in deiner Hand oder deinem Friedhof befindet Du kannst ein Cypher Exil Monster wählen das du kontrollierst Hänge diese Karte als Exil Material daran an Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird Du kannst deiner Hand ein Cypher Zauber oder Final Karte von deinem Deck hinzufügen Du kannst nur ein Effekt von Cypher End Triangle pro Spielzug verwenden Oh Und in dem Spielzug nur einmal Ja Attacke 0 und die Fits auch 0 Ja Das war's mit den ersten Übeln J�를 Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020